So, complete. Jetzt gehen wir da raus, ne? Gut. Bum, 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 bum. Ja, haben viel erreicht, ne? So, was kriegt das Spiel? Eine 7. Eine 8. 7 wieder. Und eine 8. Ist ja wunderbar. So, ähm, ja, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal bei Forschung. Dann wollen wir mal das Spiel in der Torio erfinden, mal. Zwei Jahre sind schon vergangen. Haben wir das nächste Spiel schon rausgehauen. Naja, es wird auch so ein Abend abgenommen worden, aber dafür ist es zatt als das neue Horror- und Action-Spiel, ne? So, haben wir jetzt geforscht. Ähm, mal nochmal dann einen neuen Sound, ne? So, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Das haben die Punkte aber gerade noch so gereicht. Ja, ja, so, wo muss das dann sein, ne? Na komm, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. So. Wir haben jetzt den Forschungsgemacht, so, machen wir mal wieder ein neues Spiel. Ja, schon ein 8. Spiel hier, äh, jetzt klar. Aber nun mal. So. Was kann man denn jetzt nochmal nehmen? Hm. Hm. Da nochmal Citybau, ne? Citybau. Europa. Citybau Europa. Und danach fällt mir echt nichts mehr ein. So. Und hier ist. Ja, da ist noch 2D-Grafiken. So, Quest machen wir mal ganz roh. So, Antikel hoch machen wir auch mal ganz roh. Müssen verkaufen, verkaufen. Braucht Kohle. Braucht ein neues Büro. So, was haben wir denn jetzt hier? Äh, äh, schon Level 2 hier alles, ne? Alles wunderbar und gut. Darf uns nicht stören. So, ping, komplett. So, weißt du, was eins nochmal machen will? Speichern. So. Da waren wir mal mal gespannt. Wir haben noch ein Level. Ah, schade. Aber Level-Design wird neu. Und Gameplay. Und Endgame, wie es aussieht, wird es bald hochgehen, ne? So, aha. So, was haben wir? Eine 7. Ne, eine 8. Jawohl. Es geht doch. Oder eine 8. Und eine... Ja, gut. Das wusste ich. Ich liebe es. Eine 8. Also 7, 8, 8, 8, 8. Das wird auch sich gut verkaufen, das Spiel. Kann ich noch was erforschen. So, oh, da brauchen wir 15, müssen wir nochmal ein Spiel erregeln. So, dann mach ich mal. Ach, wie nenne ich denn das? Ach, dann mach ich das nochmal. Aber den zweiten Teil. Gut, was war das jetzt? Horror-Action... Ja, so kann das bleiben. Ja, ja, ja. So, dann kommt der Quest hoch. Dün, 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 dün. So, jetzt wieder mal bespann, du. Ja, dann mach mal die Gologen hoch. Viel Gologer. So, ja, 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 komm. Da läuft der Markt. So. Das kannst du wieder bleiben. So, haben wir aber hier richtig was geforscht jetzt, oder? So, äh, gut. Oh, kriegen wir da noch einen Punkt. Und für Level-Design was. Level-D-D-Door zu erfinden. Ja, gut, dann forschen wir erstmal. Zielgruppe. Bum, 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 bum. Äh. Eine 6-8-7-7-7. Das ist ja wunderbar. So, sind wir gerade bei Forschung. Oh, ein Master 5 oder V, oder was das ist. Ja, gut. Da kommt jetzt also wieder eine neue Konsole auf den Markt. Und wir haben gerade mal Jahr 3. Zielgruppe folgreich erforscht. So, hier müssen wir nochmal... Hier sieht man jetzt eine neue Einstellung, die Zielgruppe. So, hier nehme ich mal... Was für Erwachsene. Ich sag mal... Ja, wie könnte ich das nehmen, das Spiel? Ach, das geht ja gar nicht. Immer auch für alle erstmal. Und Städtebau. Simulation. Für den TS. Das heißt... City... Bau... Citybau... Citybau... Erde, genau. Für die ganze Welt kannst du überall Citybau... Dann gibt es fast eine neue Einstellung. So, alles aber deutsche Namen. Außer City ist ja auch der Stadt. Das heißt ja Stadtbau. Naja. Gut, dann... Hauen wir auf, ja. So, dann wollen wir mal weiter reden. Oh, je, 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 je. Quest kommt ganz rum. Ich werde, ich mache mal eine neue Engine. Mal ja, weg im Wald hier. So, was haben wir denn da? So, die Dialoge gehen auch wieder ganz rum. Brauche ich nicht zu sehen. Was will ich denn mit den Dialoge? Die sind ja voll uncool. So, das kann alles bleiben. Boom, 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 boom. Kompliit. Zwei Bugs erst geschafft. Jawohl, aber... Ich müsste nochmal nochmal ein Spiel installieren. Oh, Engine ist hochgestiegen. Ja, klar. Ist cool, ne? So. Wir haben erst eine Bewertung unserer neuen Spiel. So, was kriege ich? Eine 9. Eine 8. Eine 9. Eine? 8. Also, 9, 8, 9, 8. Jo, ist gut, ne? So. Äh, Forschung, come on, Moix. Dann nehme ich mal jetzt ein Rohrspiel. Das heißt... Evil. Hä? Evil. Einfach nur Evil. Das ist ein Action-Spiel. Intensiv. Föhrer Ratzner. Das ist ein bisschen brutal. Wollen wir mal machen. Ein bisschen mehr Quest. Gameplay ganz hoch. So. So. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Ähm... Wir haben schon eine Million Einnahmen. Boah. So. Das bleibt auch mal ganz oben. Blub, 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 blub. So. Das haben wir aber rein hier, du. So, was haben wir denn jetzt hier? Das kann auch so bleiben. Ja, das... Das... Da mache ich mal mein nächstes Spiel drauf, ne? Oh, da wollten immer... Okay, gut. Danke. Nächste Woche, gut. Alles klar. Ja, wir haben ein letztes Interview, weil wir uns das zehnte Spiel, was... Ja, perno. Oh, BimedGE hat vor kurzem ein Interview mit LPE Totenstein TTS Game. Ich helfe mich da rausgegangen. Da vorher... Ja, das muss man... 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 Ja, das muss man...